Meine erste Liebe war absolut unglaublich. Die, für die man kämpft. Dann verspreche ich dir die besten zehn Tage deines Lebens. Du musst mir einfach vertrauen. Und wie? Ich weiß, ich bin nicht gut genug für dich. Aber ich kann mein Leben nicht verschwenden, um dir was anderes zu beweisen. Endless Love. Ab 27. März im Kino.